hallo zusammen und herzlich willkommen auf collectiverse zu einer weiteren transformers war for cybertron siege actionfiguren review und heute habe ich für euch aus der battlemaster klasse den guten kleinen leonizer und leonizer ist eine homage an eine figur oder eine ein zubehörteil von einer action master figur anfang der 90er action masters waren diese transformers die sich nicht verwandeln können wer auch immer auf dieses konzept gekommen ist jedenfalls war halt lionizer da halt auch so ein zubehörteil was halt für die action master figur zu einer waffe oder gefährdet wurde was auch immer und in der siege actionfiguren reihe hat lionizer eine kleine wiedergeburt erlebt denn er verwandelt sich wieder in so eine art katze raubtier katze bla und weiterhin halt auch in eine waffe für eine etwas größere figur beispielsweise deluxe voyager und so weiter und so fort und sieht soweit auch ganz nett aus aber bevor uns die figur im detail angucken ein kurzer blick auf die verpackung denn ich möchte euch dieses sehr schicke artwork nicht vorenthalten hier sieht man es ganz gut gefällt mir wahnsinnig gut hier dieser dieser böse blick sozusagen die figur sind autobot hätte auf mich hätte ich jetzt nicht gewusst aber eher wie ein decepticon gewirkt hier auf der rückseite sieht man mit fünf einfachen schritten macht man aus lionizer dann halt eben diese waffe und kann ihren halt eben auch an optimus prime anbringen zudem kommt die figur mit so einem kleinen effekt den man halt auch an den anderen figuren und an lionizer anbringen kann und in welche waffe er sich verwandelt muss ich noch nachlesen die waffen haben ja hier alle eigenen namen und lionizer verwandelt sich in eine sogenannte rs firesteel saber ja ok danke für die info hasbro und diese verwandlung zeige ich euch jetzt gleich auch auf jeden fall gucken sonst mal was die figur so zu bieten hat leider ist das relativ wenig muss ich gestehen was die figur nicht schlecht macht nur es ist halt eben man kann es nicht von so einer kleinen figur erwarten dass jetzt hier mordsmäßig viel spielspaß für sich alleine bringt denn das muss man ganz klar zu sagen die figur ist halt eher etwas in kombination mit anderen ist für einen preis von ich glaube rund sieben euro kosten die im laden auch durchaus vertretbar die figuren erscheinen nach und nach gerade in deutschland bei tollsass gibt es die halt jetzt schon und sonst wenn ihr das lieber online macht shop bei unserem partnershop actionfiguren 24 vorbei dort könnt ihr die auch käuflich erwerben und ja leider ist es halt hauptsächlich schwarz mit ein bisschen grau faszinierend finde ich übrigens dass die klinge hier und der kopf einen unterschiedlichen grauton haben faszinierend hätte ich nicht erwartet weil normalerweise ist da hasbro eher so sparend zudem hat man halt hier auch ein etwas dunkleres grau bei der malung verwendet die augen sind rot und hier auf der stirn ein autobot symbol sehr sehr winzig also jetzt mal daneben mein nagel also schön winzig die verwandlung in den waffen modus die ist relativ einfach wir klappen hier die klinge um so klappen den kopf um so und jetzt muss mich kurz orientieren genau die vorderbeine gehen nach oben rum und die hinterbeine nach vorne rum so hacken hier dann so ein bisschen ein so und fertig ist lionizer im waffen modus und jetzt kann ich hier noch diesen waffeneffekt anbringen ihr seht hier sind zwei pünktchen hier ist halt so ein längerer stift und zack schon ist der effekt angebracht ich finde diese geschichte mit diesen waffeneffekten wirklich großartig ähm finde toll dass hasbro an sowas gedacht hat und ich finde es gibt im ganzen halt auch einfach mehr dynamik und diese dynamik spiegelt sich natürlich auch wieder wenn man die weaponizer äh nicht weaponizer die battlemaster an den figuren anbringt so weaponizer ist wiederum was anderes so nennen sich die deluxe figuren die sich halt in kleine teile aufspieken und so halt eben äh größere figuren aufwerten können so jetzt sehen wir optimus prime mit lionizer als waffe und hier diesen effekt kann natürlich jetzt auch hier beispielsweise an optimus schild anbringen sieht halt aus sieht jetzt an der achse nicht so gut aus aber beispielsweise könnte ich jetzt auch an megatrons ähm schwert anbringen so sieht halt natürlich ein bisschen lustig aus so ein riesen schwert und dann so ein kleiner schweif hier kann man es auch anbringen man könnte jetzt theoretisch auch zwei aneinander anbringen wie auch immer ähm nette spielerei auf jeden fall und ähm ja auf jeden fall witzig ähm für den preis auch durchaus in ordnung aber man muss halt bedenken dass der spielspaß halt eben dadurch dass sich die figur nur in anführungszeichen in eine waffe verwandelt dementsprechend gering ist denn ähm wenn man keine andere figur hat mit der man interagieren kann ist es halt relativ langweilig ne also wenn ihr irgendwie jemanden damit beschenken wollt bedenkt es dass ihr dann vielleicht lieber etwas holt ähm womit er es halt nutzen kann oder sie oder wer auch immer und ähm nichts desto trotz eine lustige kleine figur mit der man auch durchaus seinen spaß haben kann wenn man es halt eben mit anderen figur kombiniert ähm ja soviel zu lionizer lasst ein Däumchen nach oben da lasst ein abo da wenn ihr es noch nicht getan habt und äh sonst schaut doch mal in die anderen videos rein ich verlinke die warfor cybershop playlist hier oben in der infobox könnt ihr da draufklicken und dann werden die euch aufgelistet sonst hier unten in den video infobeschreibungen bla bla äh viele weitere interessante links rund um collectiverse et cetera et cetera ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal